Hallo, heute öffnet wir das Türchen Nummer 5. Die Karte heißt Versöhnung und die Botschaft dahinter? Nimm dich liebevoll an, so wie du bist. Auf der Karte zu sehen, die beiden schlangenähnlichen Gestalten im Vordergrund blicken in dieselbe Richtung. Oder sind sie sich uneins und möchten die eine oder andere um Versöhnung bitten? Dahinter ein rotes Herz. Fragen, die du dir stellen kannst? Auf wem bist du derzeit nicht gut zu sprechen und versöhnlich? Vielleicht könnt ihr euch aus dem Ganzen nochmal herausschlängeln. Ist Versöhnung möglich, um endgültig loszulassen? Oder bringt euch das Herz wieder auf eine gemeinsame Wellenlänge? Lebst du versöhnt mit dir und deiner Vergangenheit? Öffne dein Herz für eine Versöhnung mit dir. Es hatte wohl alles seinen Sinn.